Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und frohes Neues an dieser Stelle. Wir haben uns noch gar nicht gehört dieses Jahr. Das ist die erste Folge unseres Podcasts, die erste Folge Verkehrt verhört im Jahr 2023. Schön, dass ihr dabei seid und wir haben heute auch eine ganz besondere Folge zum Start ins neue Jahr auch hier uns ausgesucht. Es geht nämlich gleich mal Backstage hinter die Kulissen mit, ich möchte fast sagen, ein paar der prominentesten Persönlichkeiten der RNV, die sich in den letzten Monaten und Wochen hier bei der RNV herausgetan haben, nämlich um unsere Quereinsteiger. Vielleicht habt ihr auf unserem YouTube-Kanal schon mal unsere Serie gesehen. Wir wollten da so ein bisschen einen Einblick bieten und gleichzeitig auch ein paar nette Geschichten erzählen von Menschen, die frisch bei uns anfangen und vorher in einem anderen Job gearbeitet haben. Wie gestaltet sich so ein Einstieg in die RNV für jemanden, der vorher mit der Materie vielleicht gar nichts zu tun hatte, was ganz anderes gemacht hat? Was erlebt man dabei so? Vier Monate lang geht diese Ausbildung zum Straßenbahnfahrer oder zur Straßenbahnfahrerin und genau in dieser Folge möchten wir jetzt über diese Quereinsteiger-Serie sprechen. Ihr könnt euch das alles angucken auf YouTube. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lernt ihr zwei Leute daraus jetzt schon mal direkt kennen. Nämlich bei uns ist zum einen der Timo Seiberling, jetzt mittlerweile Straßenbahnfahrer bei der RNV. Hallo Timo. Hallo. Und der Marco Schuschel, Fahrlehrer bei der RNV und seines Zeichens auch Timos Ausbilder gewesen. Hallo und frohes neues Jahr noch. Ja, herzlich willkommen bei uns hier im Verkehrt verhört Podcast. Fragen wir doch zunächst mal beide, was habt ihr eigentlich vorher gemacht? Timo, bei dir ist das ein bisschen interessanter, weil du bist der Protagonist der Serie sozusagen. Ja, also ich war vorher in einem großen Mannheimer Industrieunternehmen tätig, habe dort meine Ausbildung gemacht zum Elektroniker für Betriebstechnik und habe dann dort ein Jahr gearbeitet und habe dann gewechselt. Habe ich richtig gehört? Elektroniker? Elektroniker für Betriebstechnik. Okay, und jetzt fragen wir mal den, bei dem es jetzt eigentlich nicht so sehr drauf ankommt, was er vorher gemacht hat, weil du warst ja der Ausbilder in der Serie. Marco, hast du vorher trotzdem, ich weiß ich jetzt gar nicht, spontan vor der RNV noch einen anderen Beruf gehabt? Ja, ich habe bei der Deutschen Post gelernt, als Fachgrafkurier Express Postdienstleistungen hieß das und wurde dann übernommen und war jahrelang bei der Deutschen Post aktiv, bevor ich dann zur RNV gewechselt bin. Okay, ist jetzt nicht Gegenstand dieser Quereinsteiger-Serie, aber können wir dich gleich auch mal fragen. Zunächst mal, Timo, wie bist du zur RNV gekommen? Wie ist deine Entscheidung gereift, ich muss was anderes machen und warum dann gerade die RNV? Die Entscheidung kam einfach daher, dass ich im alten Unternehmen und im alten Beruf nicht mehr zufrieden war und das schon nach einem Jahr. Dann habe ich halt gedacht, machst du mal was, was du schon immer machen wolltest und zwar Züge fahren. Ich wollte schon immer Lokführer werden oder Busfahrer und dann habe ich mir gedacht, ja, die RNV sucht gerade Leute, schreibst du mal eine Bewerbung? Dann habe ich eine Bewerbung geschrieben, dann bin ich sogar noch zu einem Jobspeed-Dating gegangen und zack, hatte ich einen Termin für den Einstellungstest. Klingt jetzt alles erstmal relativ unkompliziert. Ja, sehr einfach, sehr unkompliziert. Okay, Marco, nochmal Frage an dich, wie bist du zur RNV gekommen damals? Was waren deine Beweggründe? Ist das schon ein bisschen länger her schon? Ja, das ist schon ein bisschen länger her, 2013, 2014 war das. Ja, ich war bei der Deutschen Post, Tag, aber jeden Tag draußen gewesen, Wind und Wetter und habe halt immer gesehen, es gibt Jobs, da ist man im Drogenen und mit dem Fahrrad die ganze Zeit unterwegs zu sein, bei Regen, bei Schnee, bei Klette und da wollte ich irgendwann ein Dach über dem Kopf haben, mit Klima. Ja, ist die Straßenbahn an mir immer vorbeigefahren, dann habe ich auch gute Sachen gehört, gute Dinge gehört, wusste aber von Anfang an, dass es hart wird, das wurde auch immer gesagt dazu. Ja, habe ich in die Hand genommen und bin, habe mich dann beworben bei der RNV und wurde direkt genommen. Und bist mittlerweile eingestiegen als Fahrer, glaube ich, damals, Linie 5? Ja, ich hatte mich dann beworben, intern und hatte das große Glück, dass ich mich da durchgesetzt habe und habe die Stelle bekommen damals als Fahrlehrer-Ausbilder. Auch mal schön zu hören, dass wenn man sich engagiert und wenn man sich gut macht, dass man dann direkt die Chance bekommt, auch anderen sein Wissen weiterzugeben und nochmal innerhalb der Firma auch weiterkommt in seiner Situation. Ja, das ist auf jeden Fall schon so. Okay, los geht's also jetzt mit den Fragen zu der YouTube-Folge Quereinsteiger, wo ihr zwei Hauptrollen gespielt habt, nämlich der Auszubildende und sein Ausbilder. Timo, wie viel verdient man während der Ausbildung und danach? Das war für dich, denke ich, schon auch mal ein interessanter Punkt, oder? Es war ein interessanter Punkt. Also ist es mehr hinterher, als wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat? Nee, also man verdient während der Ausbildung genauso viel wie danach im Fahrdienst. Das Einzige, was sich ändert, ist halt natürlich, dass Zulagen dazukommen. Also im Fahrdienst kommt dann zum Beispiel der Pastorenzuschlag, Spätschicht, Früh, Nacht, Feiertag, Wochenende, weil wir fahren ja fast 24-7 für unsere Fahrgäste durch die Metropolregion und da kommen natürlich noch einige Zuschläge dann dazu. Wir erklären kurz Pastorenzuschlag. Also das Wort Pastor kommt, glaube ich, daher, dass man früher gesagt hat, das ist ein Dienstplan, der das Wochenende freilässt, wenn ich mich richtig erinnere, damit die Pastoren im Zweifel sonntags immer in die Kirche können. Daher kam das Wort. Und für diverse Dienstplanmodelle gibt es natürlich aufgrund der Belastung Zuschläge und so weiter. Und die muss man dann noch drauf rechnen. Okay, wie lange dauert die Ausbildung insgesamt, Marco? Vielleicht kannst du uns die einzelnen Teile mal kurz vorstellen. Also zwischen 16 und 18 Wochen. Das sind umgerechnet so gut vier Monate? Ja, genau. Mit der Prüfung dann hinten dran. Je nachdem, wie groß die Kursgröße ist. Aktuell haben wir eigentlich immer sieben Personen in einem Kurs. Und das merkt man, dass es dann mal länger dauern kann. Bei uns jetzt, bei den Quereinsteigern waren es zum Schluss fünf. Angefangen haben wir mit sieben. Also das wird doch tatsächlich angepasst, wenn man merkt, oh, die Gruppe braucht noch ein, zwei Wochen, dann macht man ein bisschen länger? Ja, man kann dann schon mal nachfragen, ob das möglich ist, dass die Prüfung nach hinten gezogen wird, weil man dann das Gefühl als Falle hat, dass es etwas Nachholbedarf gibt oder aber sogar vorzieht. Das finde ich wichtig. Also gerade für Quereinsteiger ist ja auch gut zu wissen, wenn man vorher nie mit der Materie zu tun hat, man hat die Chance auch da reinzukommen. Und wenn man noch ein, zwei Tage braucht, kriegt man die im Zweifel auch. Kleinen Spielraum haben wir da. Okay. Früher, ich weiß noch, ganz früher war es noch nicht mal Voraussetzung, dass man einen Pkw-Führerschein hat. Mittlerweile ist das aber, glaube ich, so. Wie lange muss man den haben, Timo? Man muss mittlerweile aus der Probezeit raus sein, komplett. Und darf maximal einen Punkt im Fahr-, wie heißt das, Fahreignungsregister Flensburg haben. In Flensburg, genau. Okay, und das liegt natürlich daran, Marco, wenn ich mich richtig erinnere, dass man die Verkehrsschilder kennt, Situationen kennt, Regeln kennt und so weiter. Und das ist natürlich von Vorteil. Jetzt haben wir euch ja verfolgt, so ein bisschen in der Serie Quereinsteiger und haben gesehen, wo ihr überall unterwegs wart, was ihr da so alles erlebt habt. Gibt es eine Lieblingsstrecke, auf der ihr unterwegs wart oder vielleicht auch eine, die ihr gar nicht mögt? Wir fragen mal den Neuanfänger, Timo. Meine Lieblingsstrecke ist auf jeden Fall die Bergstraße, vor allem, weil es halt für mich die Heimat ist. Ich komme ja aus Weinheim und es ist einfach die schönste Strecke, finde ich, die ich fahren darf, sagen wir es mal so. Und da gibt es dann zum Beispiel so meine Lieblingskurve, das ist zwischen den Haltestellen Pilgerhaus und Rosenbrunnen, weil man da sich, wenn man vom Rosenbrunnen kommt, mit 80 um die Kurve schmeißt und dann in den Bahnübergang stürzt. Das ist wie so eine Steilkurve einfach, das fühlt sich cool an. Okay, ich gucke mal direkt in die Augen des Fahrlehrers mit 80 in die Kurve und danach direkt in den Bahnübergang. Das war jetzt ein bisschen nerdig, aber ist regelkonform, kann man machen und sorgt jetzt auch nicht für Probleme unter den Fahrgästen zum Beispiel. Nein, das nicht. Die Strecke gibt das her. Ja, auf jeden Fall, die Strecke gibt das her und es ist an manchen Stellen auch so. Normal, man kommt halt aus der freien Strecke raus und fährt dann in eine Situation rein, wo man wieder langsamer machen muss. Richtig. Das ist aber auch gerade dieses Abwechslungsreich ist ja irgendwie auch das Schöne. Hast du eine Lieblingsstrecke, Marco? Also ich fahre tatsächlich sehr gerne nach Bad Döckern, mir gefällt es da einfach und auch mit meinen Kursen, ich bilde ja hauptsächlich Heidelberg und Linie 5 aus und gegen Ende der Prüfung machen wir immer einen Ausflug in die Pfalz. Nach Bad Döckern ist einfach eine schöne Strecke und der Betriebshof, sehr, sehr schön dort, mir gefällt es da sehr und das zeige ich gerne. Diejenigen, die dann nach Heidelberg und Linie 5 gehen, war was ganz anderes. Können wir auch, glaube ich, allen Fahrgästen empfehlen, die jetzt so zuhören und nicht bei uns arbeiten, einfach mal mit der Linie 4 oder 9 nach Bad Döckheim fahren, im Fass was essen gehen und wieder rückwärts. Das funktioniert immer ganz gut und sorgt für einen schönen Ausflug gemütlich in die Pfalz. Du hast gerade gesagt schon, Timo, von den Strecken, die du fahren darfst, das heißt als Fahrerin oder Fahrer bei der RNV hat man nicht automatisch Genehmigungen für alle Streckenabschnitte. Wie ist das bei dir? Welche darfst du fahren? Genau, also ich darf zum Beispiel, da ich ja ausgebildet bin auf Heidelberg Linie 5, darf ich das gesamte Streckennetz Heidelberg befahren mit den Straßenbahnlinien und die OEG plus die Ausweichstrecken in Mannheim. Also das ist eigentlich vom Streckenhetzen her, Heidelberg und Linie 5 ist nochmal mindestens genauso viel. Dann sagst du noch die ganzen Ausweichstrecken dazu, also wenn irgendwo was blockiert ist, muss man natürlich auch Umleitung fahren können und muss da auch ausgebildet sein. Genau. Und Fahrzeugtypen auch unterschiedliche natürlich? Also wir aus Heidelberg und Linie 5 dürfen alle Fahrzeugtypen fahren, bis auf einen, der im Linienverkehr unterwegs ist und zwar ist das der GT6N, GT8N aus Mannheim. Das dürfen wir nicht fahren und natürlich nicht die Oldtimer. Okay, also GT6N, GT8N, um mal kurz Klarheit zu schaffen für alle, die das Unternehmen jetzt nicht so gut kennen, das sind diese viereckigen aus den 90er Jahren. Ich empfinde sie zumindest immer als viereckig, kann das so den anderen am besten. Ja genau, die in Mannheim unterwegs sind, auch in Ludwigshafen zum Beispiel, die haben lange Zeit das Verkehrsbild in der Region geprägt, bis dann in den 2000ern die neuen Rhein-Neckar-Vario-Bahnen gekommen sind. Also vielleicht habt ihr jetzt so ein bisschen ein Bild, welche Fahrzeuge da besprochen werden. Warum ist das so, Marco, dass man nicht grundsätzlich auf allen Fahrzeugtypen ausbildet oder nur spezielle? Was hat das für Gründe? Es ist auf jeden Fall sehr viel. Also allein jetzt schon Heidelberg und Linie 5 OEG-Strecke zu fahren, ist schon eine Menge Holz. Es ist schon viel zu lernen. Allein das sind schon sechs Fahrzeugtypen, die sie da lernen müssen und vier Betriebshöfe und dann noch das Mannheim-Ludwigshafen dazu. Das wird den Rahmen sprengen, denke ich. Und das ist schon sehr, sehr viel. Und man hat ja nur vier Monate Zeit, wie wir jetzt gerade gelernt haben. Ja, das ist ein enger Zeitraum und mit sieben Personen ist es da wirklich, ja, das ist viel zu lernen. Da muss man irgendwo eine richtige Dosis finden, dass das alles noch verarbeitbar ist. Hat sich das für dich so angefühlt, Timo? Du kamst ja jetzt quasi von außen, also war das leicht verträglich oder warst du auch bis tief in die Nacht noch mit der Taschenlampe unterm Bett gesessen und hast Regeln und Verordnungen gelernt? Nee, das nicht. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich mich schon vorher, dadurch, dass es ja wirklich mein Traumberuf ist, hatte ich mich halt vorher mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt. Das heißt, ich hatte einen leichten Vorsprung gegenüber meinen Kollegen. Aber ich muss trotzdem sagen, unser Fahrlehrer hat es gut dosiert und es war verträglich. Es hat natürlich trotzdem mal, musste man, und das muss man auch dazu sagen, man muss auch zu Hause lernen. Ganz klar. Aber es haben alle die Prüfung geschafft und es ging allen gut dabei. Alle fünf, die wir angetreten sind, haben die Prüfung bestanden und sind heute auch noch im Fahrdienst. Schöne Nachricht bis dahin. Sehr schön zu hören. Lieblingsfahrzeug von dir? In der Fahrschule war es der GT8, also sozusagen der Oldtimer der Linie 5, der noch regelmäßig fährt. Im Liniendienst, da fahre ich dann am liebsten die Rhein-Neckar-Vario-Bahn 6, also mit sechs Achsen. Und dann kam plötzlich die Anfrage, als ihr angefangen habt mit eurer Ausbildung, hey, dürfen wir das Ganze mit Video begleiten? Also es war klar zu dem Zeitpunkt, ihr werdet die neuen YouTube-Stars von uns werden jetzt. Hat sich das komisch angefühlt für euch erstmal, Timo? Das Ganze war ja meine Idee. Ach so. Also das ging gar nicht von der RNV aus. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Das ist natürlich jetzt spannendes Detailwissen hier. Genau, das war so eine Hals-über-Kopf-Aktion von mir. Ich habe mir gedacht, es gibt sehr wenig Informationen zur Ausbildung zum Straßenbahnfahrer, auch deutschlandweit. Und dann habe ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und dann habe ich zu der Dame, mit der ich den unterschrieben habe, gesagt, ich hätte da noch eine Idee. Okay, ja, wie wäre es mit so einem Projekt, Ausbildung begleiten und so das, was halt jetzt rausgekommen ist. Hat sie gesagt, wir gehen mal ins Büro nebenan. Und einen Tag vor Beginn meiner Ausbildung hatten wir dann ein gemeinsames Meeting und haben gesagt, alles klar, wir machen es. Dann am ersten Tag war die Kamera dabei. Und dann steht der Fahrlehrer da und sagt, Moment, was passiert denn hier? Oder wie hat es sich für dich angefühlt, Marco? Nein, ich wurde auch informiert. Also vorher, kurz vorher, hatten wir telefoniert und haben das dann auch ein bisschen besprochen über Teams. Und trotzdem war es für mich interessant, ich wusste nicht, wo die Reise hingeht. Das war unklar. Ich bin dann einfach so, ich lasse auf mich zukommen. Einfach machen. Morgens nochmal beim Friseur gewesen. Das auf jeden Fall. Ist immer wichtig, alle zwei, drei Wochen. Ja, und genau, einfach, wir haben es dann gemacht und es war dann in Ordnung. Ja, es war eine große Erfahrung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns, wir können ja jetzt unter uns sprechen. Ja, unter uns, ja. Also, wenn ich mir vorstelle, ich mache meine Ausbildung, ich bin noch relativ unsicher in dem, was ich mache. Und auf der anderen Seite auch so, ich bin natürlich der Ausbilder. Ich will mich regelkonform verhalten. Und das ist doch irgendwie ein komisches Gefühl, weil man weiß, einem sitzt die ganze Zeit die Linse und das Mikrofon im Nacken und begleitet einen bei allem, was man tut. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr damit von Anfang an umgegangen seid wie die Profis. Das muss doch irgendwie auch mal ein bisschen komisch gewesen sein, oder? Das auf jeden Fall nicht. Also, bei mir war es auf jeden Fall so. Auch am ersten Tag, das erste Mal verkabelt worden. Die ersten drei Tage so rum. Ich wusste nicht, was jetzt genau, also es wurde alles aufgenommen. Ich wusste aber nicht genau, was gefilmt wird und was dann zusammengeschnitten wird. Und man fühlt sich natürlich beobachtet. Das ist eine ganz neue Situation, logisch. Man vergisst es irgendwann mal, aber die ersten Tage war schon eine neue Erfahrung, die ich so nicht kannte. Bis dann irgendwann logischerweise, wie du gerade sagst, der Zeitpunkt kommt, wo man nicht mehr drüber nachdenkt. Hast du irgendwann deine Idee mal bereut, Tim? Wo hast du gesagt, oh Gott, jetzt wäre ich mich zum dritten Mal schon verfahren oder so. Das war wirklich keine gute Idee, das auch noch filmen zu lassen. Nicht wirklich, also zwischendrin habe ich mir mal gedacht, so, oh, jetzt wieder Kamera und ein bisschen hier filmen, da filmen, dass halt genug Schnittmaterial zusammenkommt. Aber im Großen und Ganzen bereue ich es auf keinen Fall. Weil, also, für mich war es ja auch am Anfang ungewohnt. Ich musste ja dann direkt mit der Kamera sprechen. Und jeder, der sowas mal gemacht hat, weiß, mit jemandem zu sprechen, der noch nicht da ist, ist schwierig. Und da dann ein Selbstvertrauen auszustrahlen, ist eine Gewöhnungssache auf jeden Fall. Ich habe mich dann auch dran gewöhnt, dann ging es irgendwann. Wann war die erste Situation, in der ihr gemerkt habt, oh hoppala, mich sehen auf einmal auch andere Leute bei der Arbeit. Sind Freunde auf euch zugekommen, Kollegen auf der Strecke irgendwie oder ganz fremde Menschen sogar, Timo? Ganz fremde Begegnungen hatte ich bis jetzt noch nicht. Freunde und Familie, denen habe ich das natürlich auch dann mitgeteilt, weil ich war schon ein bisschen stolz auf das Projekt, auf jeden Fall. Und jetzt ist es mir letztens passiert, ich stand in der SAP-Arena-Schleife hinten am S-Bahnhof und neben mir ein Mannheimer Kollege. Ich mache die Tür auf, frage den was und er dann so, bist du der Timo? Ich dann so, ja, cool. Gleich erkannt. Genau, das sind dann so kleinere Begegnungen, die man jetzt auch mit der Zeit kommt. Die Videos werden ja auch ein bisschen bekannter mit der Zeit. Aber mich stört das nicht. Also wenn mich draußen auf der Strecke auch jemand Fremdes trifft, gerne ansprechen. Ich bin immer, ich versuche immer freundlich zu sein. Und Marco ist mal angesprochen worden vom Chef. Also das, was du da lehrst, das ist aber nicht so. Oder ist irgendwas von den Kollegen nochmal gekommen? Das eigentlich nicht. Ja, von Kolleginnen und Kollegen, klar auch, etwas angesprochen worden. Wir haben darüber geredet und meine Fußballmannschaft. Da ist es auch aufgeploppt in den WhatsApp-Gruppen plötzlich. Gab es dann die Videos und abends ins Kino gegangen und dann waren wir da zu sehen. Und es gab sogar Kino-Spots dazu. Anscheinend, ja. Das wusste ich nicht. Es gab einen Kino-Trailer, aber den habe ich leider nicht gesehen, weil ich nicht in Mannheim ins Kino gehe. Okay. Aber der Marco mit seiner Fußballmannschaft. Ja, das war auch für mich überraschend. Auch für die Jungs anscheinend beim Fußball. Ja. Ja, da ist es jetzt sehr bekannt und die gucken das jetzt auch. Ja, auf der einen Seite ist es toll. Klar, wird sich darüber nicht lustig gemacht, aber damit kann ich umgehen. Klar. Das passt schon. Kleine Gags kann man ja auch ab. Natürlich. Okay. Was waren so die schönsten Momente? Vielleicht bei den Aufnahmen oder auch hinterher beim Angucken? So erstmal für den Ausbilder. Hast du tatsächlich auch so nochmal die Entwicklung sehen können und das alles? Oder was hat dich besonders bewegt dabei? Ja, das auch. Also die Entwicklung der Gruppe, das Wissen, wie sich das dann verbessert und wie sie es halt umsetzen. Das hat man auch in den Videos gesehen, gerade in der Prüfung fand ich. Das freut einen schon. Und was mir halt immer besonders wichtig ist und auch gefällt, ist die Gruppendynamik untereinander. Versuchen im Team das Ganze zu machen. Das war auch bei uns der Fall so. Und das sind eigentlich die schönsten Momente. Und wenn es dann Spaß macht bei der Arbeit, in der Ausbildung, trotz des vielen Lernens. Und das muss man betonen. Man muss lernen. Das sieht immer so einfach aus. Aber da gehört viel dazu, dass man zu Hause was macht. Und dann macht es aber Spaß. Und das ist ein ganz anderes Lernen, eine ganz andere Basis. Und das macht eigentlich... Und man sieht auch schön am Anfang noch fremde Menschen plötzlich hinterher irgendwie. Man lernt sich immer mehr kennen und so. Und das ist das Dynamische daran. Für dich, Timo, selbe Empfindung? Ja, es war... Wir waren wie eine kleine Familie, muss man ehrlich sagen. Wir hatten, das braucht man nicht verheimlichen, hatten auch Differenzen. Das ist ganz normal. Weil wir ja am Ende, in diesen vier Monaten, gefühlt mehr aufeinander saßen, als mit unserer Familie. Es ist ja so. Arbeitszeit nimmt viel Zeit in Anspruch. Und wir waren am Ende eine kleine Familie. Also jeder hat nach dem anderen geguckt. Wenn jemand mal sein Essen vergessen hatte, dann war sehr schnell was anderes da. Weil wir haben sehr gerne gegessen in unserer Gruppe. Das sieht man, glaube ich, auch ein paar Mal in den Videos. Da bin ich auch schon drauf hingewiesen worden. Hier, guck mal, die essen dauernd. Genau. Okay. Aber Nervennahrung ist wichtig. Ja, und vor allen Dingen, man braucht ja auch Leistungsfähigkeit. Sowohl in den Muskeln als auch im Kopf. Richtig. Jetzt bist du ja schon ein paar Monate im Fahrdienst, Timo. Mal so zurückblickend. Bereust du es bis heute? Bist du immer noch glücklich? Oder gibt es vielleicht auch irgendwelche Sachen, die dich total überrascht haben? Wo du in der Ausbildung so noch gar nicht dran gedacht hast? Oder was du dann im Nachhinein erst kennengelernt hast? Also ich bereue es auf keinen Fall. Es war bisher die beste Entscheidung, der Berufswechsel. Und jetzt nach den paar Monaten Fahrdienst. Man kriegt halt langsam so ein bisschen Routine rein. Man ist nicht mehr ganz so aufgeregt, wenn man mal Umleitung fahren muss. Was relativ oft auch vorkommt teilweise. Oder eine Fahrzeugstörung zum Beispiel. Ich hatte jetzt letzte Woche meine erste Türstörung, ganz alleine. Gemeistert? Gemeistert. Absolut kein Problem. Gut gelernt. Ich bin aber dreimal vor und zurück gelaufen. Das ist dann, ja. Vergessen. Ja, ich habe Türstellungsaufkleber vergessen zum Beispiel. Oh ja. Und dann läufst du halt. Wer es nicht im Kopf hat, hat es in der Fies. Richtig. Zum Glück war es nur eine 30 Meter Bahn und kein 60 Meter Verband. Genau. Aber ansonsten läuft es sehr gut bis jetzt. Gibt es denn Situationen, Marco, so du als Fahrlehrer, du bringst jetzt auch viel Berufserfahrung mit die letzten Jahre, von denen du gemerkt oder gelernt hast, da kann ich in der Fahrschule oder im Unterricht vorbereiten, wie ich will. Das ist einfach, irgendwann muss man es im Alltag auch mal so lernen, weil es anders nicht geht. Ich meine, ihr nehmt ja zum Beispiel keine Fahrgäste mit in der Fahrschule und ihr habt ja keinen Fahrplan in dem Sinn oder so. Das sind schon noch mal ein paar Erfahrungen mehr, wenn man dann in den regulären Dienst geht. Definitiv. Also das Fahren in der Fahrschule ist was ganz anderes wie das Fahren draußen, was die Kolleginnen und Kollegen alltäglich machen und leisten. Das kann man nicht vergleichen. Das kann man auch nicht simulieren. Das geht nicht. Und da gehört schon ein Fingerspitzengefühl dazu, auf jeden Fall. Das entspannte Fahren in der Fahrschule, sage ich mal, das ist die vier Monate so und dann ist es ein anderes Leben. Und Unfälle. Wir können darüber reden. Klar, das ist auch Thema in der Fahrschule. Wir können darüber reden, was gemacht werden muss und wie man reagieren kann. Aber wie man dann tatsächlich in der Situation reagiert, das kann sich nicht spielen. Wir hatten auch schon Tage mit der Feuerwehr zum Beispiel zusammen, dass wir da so einen Unfall simuliert haben. Da ging es aber eher um die Feuerwehrausbildung, die dann die Rettung gemacht haben. Und die Fahrschule war quasi als Statisten dabei, um ein bisschen den Ablauf zu kennen zu lernen. Aber alles andere, das kannst du nicht lernen. Mittlerweile haben wir, Jasmin Joschi macht das für die Fahrschulkurse, bietet da was an, weil sie sehr viel Erfahrung hat. Und ja, man kann darüber reden, man kann Prozesse lernen, aber alles andere nicht. Ja, zur Info an alle, die jetzt zuhören, die die Kollegin Joschi noch nicht persönlich kennen, weil sie auch im Podcast-Uni aufgetaucht ist, zur Erklärung schnell, um eben auch zu zeigen, dass wir da Pläne haben und dass wir genau wissen, wie wir zumindest unsere Leute darauf vorbereiten können. Die Kollegin Joschi ist, glaube ich, mittlerweile schon über 25 Jahre bei uns im Unternehmen, hat früher auch im Fahrdienst gearbeitet und zuletzt jetzt dann nach vielen, vielen Jahren in leitender Funktion auch im Betriebsleiterbüro, die sich speziell um Abläufe und Notfallszenarien kümmern. Das heißt, die Kollegin weiß wirklich Bescheid, hat jahrelang genau mit solchen Situationen gearbeitet und kann natürlich dann unsere Fahrerinnen und Fahrer hervorragend darauf vorbereiten. Ist das bei dir auch so, Timo? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein großer wichtiger Punkt ist für alle, die überlegen, hier anzufangen. Weil das ist natürlich schon ein enormes Risiko, wenn man große Fahrzeuge bewegt, Menschen transportiert, viel Verantwortung mit sich bringt. Da überlegt man sich schon, ob man das will oder ob man das kann. Es hat bei dir bis jetzt noch keine Vorfälle in der Richtung gegeben, oder? Ich habe bis jetzt noch keinen Unfall gehabt auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut, habe aber auch schon und das ist halt auch so eine Sache, die wir täglich haben. Wir verhindern täglich mehrere Unfälle. Leute einfach rüberlaufen, Autofahrer einfach links abbiegen, obwohl wir angefahren kommen und wir sind ja nicht immer langsam unterwegs. Wir fahren das, was erlaubt ist in der Regel. Das, was angebracht ist auch manchmal. Ja, genau. Und dann, dass so eine 40-Tonnen-Bahn da ankommt und der Bremsweg halt dementsprechend länger ist. Und meine Erfahrung ist aber, dass man mit den Jahren tatsächlich, das kann ich dir jetzt schon mitgeben, vielleicht einen siebten Sinn für sowas entwickelt und zur Situation irgendwie unterbewusst schon erkennt und merkt, oh jetzt mache ich mal besser ein bisschen langsam, weil 110 Prozent passiert gleich dies und das und dann kommt es auch tatsächlich, man ist gut vorbereitet. Aber so fühlst du dich auch, also du weißt, wie du reagieren musst und du weißt, was wäre, wenn. Genau. Gut zu wissen, dann wünschen wir dir trotzdem, dass es nie passieren wird. Wir hoffen es, ja. Ja. So, zum Abschluss jetzt nochmal an alle, die diese Serie nicht gesehen hat. Der Grund einzuschalten für dich, Timo, warum muss man die Serie, die Quereinsteiger unbedingt gesehen haben? Es ist auf jeden Fall ein schöner und vor allem ein lustiger Einblick in die Ausbildung zum Straßenbahnfahrer. Die Folgen sind wirklich sehr lustig. Okay. Also es ist nicht so, dass da trocken erzählt wird, was passiert während der Ausbildung, sondern wir hatten sehr viel Spaß und der Jonas, der den Schnitt gemacht hat, hat auch das sehr gut rübergebracht. Ja. Sehr realistisch und so, man ist mittendrin und fühlt sich total. Auf jeden Fall meiner Meinung nach authentisch. Okay. Sehr schön. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn wir so Einblicke in das Unternehmen gewähren, dass man auch wirklich mal so sieht, oh hoppala, das habe ich jetzt nicht gedacht oder interessant, so läuft das bei der RNV. Und natürlich doppelt und dreifach, wenn man persönlich überlegt, hier bei uns mal vorstellig zu werden oder anzufangen. Lieben Dank und weiterhin viel Erfolg für unsere auf YouTube laufende Serie, die Quereinsteiger. Ganz liebe Grüße nochmal an die Kollegen Marco Schuschel von der Fahrschule. Danke fürs Hiersein. Bitte schön. Und an den Timo Seiberling, der jetzt mittlerweile für uns auf der Schiene erfolgreich unterwegs ist, nach der Ausbildung und nach der Serie. Weiterhin gute Fahrt, Timo. Dankeschön. Und auch ihr seid herzlich eingeladen, beim nächsten Mal wieder zuzusteigen, wenn es heißt Verkehrt verhört, dann mit einer neuen Folge und mit neuen interessanten Einblicken in den Alltag der RNV. Bis dann. Gute Fahrt.